Hallo Leute! Heute lernen wir, unsere Meinung zu einem Thema zu äußern. Du kannst deine Meinung oder deine Ansicht auf viele verschiedene Arten äußern. Zum Beispiel kannst du sagen... Entschuldigung, ich möchte meine Meinung äußern. Entschuldigung, ich möchte meine Meinung äußern. Ich möchte meine Meinung sagen, bitte. Meiner Ansicht nach muss dieser Text umgeschrieben werden. Herr Müller, was denken Sie darüber? Natürlich habe ich mir eine Meinung zu diesem Thema gebildet. Natürlich habe ich mir eine Meinung zu diesem Thema gebildet. Aber wenn du anderer Meinung bist oder keine eigene Meinung hast, kannst du sagen... Ich bin anderer Ansicht. Entschuldigung, aber ich ändere meine Meinung nicht. Entschuldigung, ich bin dagegen. Entschuldigung, ich bin dagegen. Sie irren sich. Sie irren sich. Sie irren sich. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich bin ganz anderer Meinung. 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 Wir haben verschiedene Meinungen. Wir haben verschiedene Meinungen. Wir haben verschiedene Ansichten. Du kannst auch sagen... Ich bin davon überzeugt, dass... Ich bin davon überzeugt, dass ich ein neues Auto brauche. Ich bin davon überzeugt, dass ich ein neues Auto brauche. Ich vertrete den Standpunkt, dass... Ich vertrete den Standpunkt, dass du mehr Sport treiben musst. Ich vertrete den Standpunkt, dass du mehr Sport treiben musst. Ich würde sagen, dass... Ich würde sagen, dass dieses Projekt erfolgreich wird. Ich vertrete die Meinung, dass... Ich vertrete die Meinung, dass wir an ein neues Projekt denken müssen. Ich vertrete die Meinung, dass wir an ein neues Projekt denken müssen. Du hast mehrere Möglichkeiten, deine Meinung zu sagen. Meiner Meinung nach hat sie die falsche Entscheidung getroffen. Meiner Meinung nach hat sie die falsche Entscheidung getroffen. Mein Schatz, du hast so viel gelernt. Ich glaube wirklich, dass du morgen den Test bestehen wirst. Mein Schatz, du hast so viel gelernt. Ich glaube wirklich, dass du morgen den Test bestehen wirst. Natürlich kann man auch sagen... Ich persönlich denke, dass... Ich persönlich denke, dass du morgen den Test bestehen wirst. Ich persönlich denke, dass du morgen den Test bestehen wirst. Ich persönlich finde, dass... Ich persönlich finde, dass er sehr fragwürdige Methoden hat. Ich persönlich finde, dass er sehr fragwürdige Methoden hat. Ich stehe zu meiner Meinung. Deine Performance war sehr gut. Ich stehe zu meiner Meinung. Deine Performance war sehr gut. Ich stehe zu meiner Meinung. Ich bleibe bei meiner Meinung. Du hast einen guten Job gemacht. Das ist mein persönlicher Standpunkt. Für mich brauchst du mehr Zeit, um den Test zu bestehen. An deiner Stelle würde ich noch ein bisschen lernen. An deiner Stelle würde ich noch ein bisschen lernen. Es wäre besser, wenn du mehr lernen würdest. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Ja, ja. Meiner Meinung nach hast du recht. Ja, ja. Meiner Meinung nach hast du recht. Ich stimme dir zu. Ähm, meiner Meinung nach hast du Unrecht. Ähm, meiner Meinung nach hast du Unrecht. Und wenn du über eine dritte Person sprichst? Ich bin der Meinung, dass sie recht hat. Ich bin der Meinung, dass sie recht hat. Ich glaube, sie hat recht. Ich denke, sie hat recht. Ich denke, sie hat recht. Und was soll man sagen, wenn man nicht überzeugt ist? Wenn du nicht sicher bist, sagst du... Ich habe mir noch keine Meinung darüber gebildet. Ich habe dazu keine Meinung. Ich habe dazu keine Meinung. So viel ich weiß, müssen wir am Dokument Änderungen machen. Vielleicht liege ich falsch, aber ich denke, wir hätten links abbiegen müssen, nicht geradeaus fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren kann. Wenn ich mich nicht täusche, hat Julia morgen Geburtstag. Wenn ich mich nicht täusche, hat Julia morgen Geburtstag. Entschuldigung, aber ich habe keine eigene Meinung zu diesem Thema. Entschuldigung, aber ich habe keine eigene Meinung zu diesem Thema. Meiner Meinung nach sind das gute Nachrichten. Ich bin der Ansicht, dass diese Nachrichten Unsinn sind. Ich bin der Ansicht, dass diese Nachrichten Unsinn sind. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Bitte sagt mir eure Meinung. Bitte sagt mir eure Meinung. Entschuldigung, aber deine Meinung zählt nicht. Hast du denn mit deinem Chef gesprochen? Hast du denn mit deinem Chef gesprochen? Ja, er hat sich meine Meinung zu dem laufenden Projekt angehört. Was denkst du darüber? Wie ist deine Meinung? Was meinst du? Ja, ich bin der gleichen Meinung. Ja, ich bin der gleichen Meinung. Nein, nein. Ich bin anderer Meinung. Ich bin anderer Meinung. Jetzt kennst du mehrere Möglichkeiten, deine Meinung zu äußern. Gefällt dir das Video? Schreib deine Meinung in die Kommentare.